Unsere Runde sind schon vorgefahren Sondern-Werner hat sich Tetschaus gebraucht Und alle drauf und seien wir alles in Brau Auf der Augenbahn Im Rekorde liegt das neue Band vermutlich Jede Petra-Band Nur hin zu der Ofter-Lechs hat bald gestimmt Sondern-Werner hat sich Tetschaus gebraucht Sozialdemokraten Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten Wer wird uns wieder verraten? Sozialdemokraten Wer wird uns wieder verraten? Sozialdemokraten Hopp hopp Wer wird uns jeweils aufhaben? Ho! 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 hoard! 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 Mo nya TIMB Hmmm vote wer wahl Wer hat uns verraten, sozialdemokraten! Wer hat uns verraten, sozialdemokraten! Wer hat uns nicht verraten, sozialdemokraten! Und damit die Frauen und Damen da drinnen das auch mal mitbekommen, bleiben die nicht nur hier draußen stehen, sondern gehen jetzt mit einigen rum. Alle die mitkommen und wollen, kommen jetzt mit. Was hat denn das zu wollen? BF! 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 Trematisier und stopp! 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 Hopp, 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 die Privatisierung stopp! Na die Zeit dran, jetzt! Die Genossinnen und Genossen, Wolk hat auch schon darauf hingewiesen, das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Dass wir zum dritten Mal dann für 15 Jahre den Regierungsaufrag bekommen, das ist schon etwas Besonderes. Und ich weiß, dass einige von uns auch am Wahlarm dachten, naja, 1, 2, 3 Prozent hätten es auch mehr sein können. Dann wäre manches auch leichter gleich gewesen. Dieser Parteitag wird darüber abstimmen, wie das Verhandlungsergebnis zur Bildung einer Koalition zwischen der SPD und der CDU zu bewerten ist. Und diese 100 Seiten liegen euch vor. Es ist ein Verhandlungsergebnis, mit dem eine Grundlage geschaffen wird für die nächsten 5 Jahre. Ich bin zu der Auffassung gekommen, dass die Leute, die mich als Privatisierungsgegnerin kennen, die Rüstjagd, unser Wasser, die Holzentscheid gegen die S-Bahn-Privatisierung, gegen die Wohnensprivatisierung, dass die Bürger in dieser Stadt und als Sozialdemokraten nicht abgenommen haben, dass wir wirklich gegen Privatisierungsgegnerin wollen. Wenn ich den Koalitionsvertrag nun angucke, muss ich ihnen leider recht geben. Ich habe mir sehr genau durchgelesen, was wir in diesem Vertrag zum Thema sogenannten Rechts- und sogenannten Linksterrorismus, oder Extremismus, da reingesteht haben. Und ich begrüße sehr, dass dieser Landkreis-Privatrat gerade diese deutsche Resolution verabschiedet hat und sich klar gegen Verhandlungen von Rechtsextremismus aufgesprochen hat. Aber das, liebe Genossinnen, was steht hier nicht so drin, kommt. Was hier drin steht, ist im Prinzip genau das Gegenteil. Weil wir eine Gleichsetzung machen von dem, was wir in ihrem Lebenssystem mit unserem Rechtsextremismus nennen. Und solange in dieser Stadt Falkenhäuser abgebrannt werden, zum zweiten Mal in diesem Jahr, solange in dieser Stadt aus rassistischen, neonazistischen Motiven Menschen geheft und gejagt werden, und ja, in diesem Land es offensichtlich nicht zu dem Ausscheid wird, wenn überall Ausländerinnen, Ausländer oder vermutete Ausländerinnen, Ausländer ermordet werden, in den Genossinnen und Genossinnen. Dann können wir nicht diese Freistellung so interessiert, wenn es freistreiten, weil dann tun wir im Endeffekt auch nur als Parteien das, was ein Frank Henke, was ein Berk-Krömer im Endeffekt vorab in diesem Ressort. Und da sollten wir doch mal ganz ernsthaft auf den Namen denken.